Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute wieder die nächste Mission vom Diaz Haus und zwar haben wir ja vorhin bei der Jagd den Typ hier verfolgt und jetzt gehen wir mal los und suchen diesen Typ und erledigen ihn. Ja, 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 das ist doch alles. Oh, Quentin hier, Quentin, Quentin, who fly you over the area, eradicate them. What do you think you're doing? Oh, ich steh wütend echt. What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal with ice with my brother. And he'll kill you too. I can take the air. No, listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me. So, jetzt fliegen wir mit dem Hubschrauber What's they puzzling me? What's with Quentin? I don't know, I would kind of like this. Quentin Van. 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 You name's Lance Van? Hey, I got enough of that at school. Is that Lance Van, poor bastard? Yes, I've heard of him. Where the hell are we at anyway? Ron Island. You have a fire one of those from a whalley? Fine. No, I'll get a bit of practice on the way, though. Fine, my city's old paradise with me. Nanny will keep the distance. Okay, we're almost there. We'll make it just the best. Now take out as many guns as you can. Then I'll set you down, and you're on your way. I'll come the dog out. So. Oh dear. Maybe he mission this. Well. Well, no, yeah. There's a lot on. Well. But they're being with the倒s. There's no one sagtie. Well, no... But that has wronged right. Ich bin hier. Good, someone next to a lady? So, correctly. So, correctly. So, correctly. So, correct. Ja, okay. Und die nächste. Die nächste. So, und jetzt kommt hier der Böse. Oh, den haben wir schon erledigt. Und ich hätte jetzt was gesagt. Aber egal. Kaputt ist kaputt. So. Oh, da ist Geld auf dem Dach. Na, warte mal. Jetzt schick die Waffe. Na ja. Egal. Die tut sau. Guck, jetzt sind sie schon her. Jetzt kommen wir da rauf. Aufs Dach. Und holen das Geld. Und ja. Wie ist es? Jetzt sind wir weg. Jetzt sind wir weg. So. Jetzt kommt wieder der Lens. Und dann ist die Sonne schon beendet. Jetzt fliegt er uns zurück zum Haus. Und die hat's halt. Und die hat's halt. Ja, warte. Genau. Gut. Und ich bin so unerfolgreich. Ging eigentlich nicht. Ja. Gut. Die Sonne ist einfach rüber. Jetzt kann man wieder alle Brücken verwenden. Ja. Genau. Gut, dann viel Spaß beim nächsten Mal.